jo leute der kefft von flieg ist mal wieder back am start für euch und heute allein unterwegs in keiner team runde in minecraft try jump warum ich jetzt hier so eine leere lobby habe kann ich euch ganz einfach erklären ich habe gerade schon versucht nur eine aufzunehmen die war auch ganz gut gott also ich war sprung technisch nicht mega gut hatte 1800 oder 1850 coins von beiden weiß gerade nicht genau was habt ihr den pvp ziemlich gut abgeräumt aber da hat sich dann rausgestellt dass da ein fünf mannteam mit bei ist was ich dann dachte dass es mich weg teamen muss und die habe ich gleich gemeldet und die haben jetzt trotzdem also vier stück von denen konnten weiterspielen und deswegen bin ich aus der runde wo die drin sind rausgegangen weil da habe ich kein bock drauf weiter ich lasse mich nicht weg team in einer nicht team runde das ist extra so ausgeschildert und ja das ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu blöder war eine ganz gute runde hatte acht kills hat mich auch übelst gefreut vor allem weil da zwei oder drei mit bei waren die über 2000 hatten der erste hatte 2650 bin echt gut abgegangen das hätte ich nicht gedacht und holy shit hätte ich die rüstung mal anziehen können von den leuten die ich auseinander genommen habe denn wäre das auch noch mal anders abgelaufen aber das ist auch egal ist vergessen die sind hier nicht drin jedenfalls habe ich jetzt keinen mitbekommen der jetzige erste ist auf jeden fall ein premium spieler oder premium spielerin gucken was die so drauf hat hat schon ganz freundlich als ob ich den sprung nicht geschafft habe ich hing doch schon auf dem blog drauf war nicht sehr gut mit hilfe ja gut passiert leute so eine aufreger hat meine leute meine ich liebe es wenn meine tastatur sich so denkt fickt dich so richtig so fickt dich ich springe jetzt nicht obwohl du es eigentlich absolut willst ich springe jetzt einfach nicht so danke ist eigentlich auch ein modul was relativ vorgott sie ist füchse entschuldigung nein ich mache gerade zu schnell war jetzt hier nur zu viert sind und ich mir denke schnell beenden obwohl ich eigentlich genug zeit habe und alle zeit der welt aber es war kacke meine maus reagiert heute auch ein bisschen komisch dieses links rechts ist bei mir gerade etwas kacke aber das liegt an mir selber wieder übelst verkrampft dieses hin und her wechseln von controller auf pc tastatur und maus ist richtig schwer weiß nicht ob es euch auch so geht ein bisschen schwer für mich eigentlich ein reiner konsolenspieler mit leidenschaft aber pc ist halt noch nicht so meine welt also ich komme ganz gut klar pvp technisch bin ich auch nicht so schlecht vor allem für einen anfänger aber kein babo oh gott ich hasse dieses modul obwohl es eigentlich voll einfach ist das häschen modul ist aber auch ein bisschen widerlich sage ich euch so wie sie und mädel durchlaufen stimmt ja ganz schick ist die runde davor hatte ich zwar weniger coins da bin ich aber bis zu dem modul wo ich war ohne hilfe hingekommen also ein bisschen schade dass ich jetzt so eine scheiß und mir haben wir ja das sind so sprünge wo ich mir denke ja warum nicht gleich so ne eigentlich ist das modul ja echt nicht schwer also für ein harten modul finde ich das leicht wollte ich gerade sagen und fall dann bei sonnensprung runter werde wenn ich gesehen habe da nicht gesehen haben sie hat 2 4 na gut für den premium spieler da warte ich das auch die macht das relativ langsam oder eher und dafür ohne hilfe ja genau kippe ich noch mal runter also die wir aber bestimmt gleich mit 26 28 locker sehen im finale wie gesagt immer noch machbar weil pvp technisch haben wir doch ein bisschen was drauf aber wenn man sich so eine billigen fehler erlaubt und nicht springt dann ist mittlerweile übrigens gerade 8 18 würde ich schon sagen 23 uhr mir voll gerade oft leute warum springt mein typ da nicht ist gebucht wo affe der baum ja 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 digger meine hände verkrampfen so extrem hart was ist denn los 24 wir haben 1100 der letzte ist echt schlecht da kann man sich jetzt nicht mehr drüben so schlecht wie ich gerade bin so eine sprünge kann ich jetzt einigermaßen bleiben block sprünge ich darf mich nicht selber loben dann passiert genau sowas übrigens mag ich das texturenpaket was das angeht nicht weil das hier so alles so ekelhaft hell weiß ist wenn ich keine wolken und so anhabe wolken sind an den hinterhunden aber ich habe es auf minimal gestellt und meine ganzen texturen einstellen sind relativ runtergeschraubt modul geht übrigens noch ich bin aber auch schon hier genau an der stelle schon oftmals runtergefallen weil ich einfach geistig gestört bin also wie hier da bin ich mich auch schon oh ne ach jo paar gute quappen aber ich komme da nicht mehr hin oh gott wir haben es wir haben es wir haben trotzdem 50 coins weniger als er heilige maria jesus alter so leute was machen wir jetzt iron schwert auf jeden fall holen wir uns jetzt flechteres equip noch ja komm wir machen das so so und ein extra leben scharfe drei und ein extra leben also wir haben jetzt ein herz mehr leute das ist eigentlich ganz geil er hat sich gar keinen kopf geholt sie hat sich voll iron geholt nein sie hat okay gut sie ist auf jeden fall nicht dumm die weiß wie es läuft da beide gespawnt er rennt natürlich weg soll er machen ich laufe jetzt nicht weil ich es nicht einsehe mein leben zu vergolden dafür ne soll er regen habe ich gar kein problem mit soll er machen ich mich da jetzt immer so ein bisschen dezent ein sage ich mal so die haben war ganz easy weggekommt und klappen sie sich gerade wieder easy alter alles klar abstaubern gut ich habe auch abgestoppt aber ich habe es auch einzeln herausgefordert allein und gegen beide gewonnen also würde ich sagen in dem sinne auch wenn ich ein bisschen wenig geredet habe zum schluss wir haben gewonnen ganz einfach easy peasy in dem sinne würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal gute so es geht es nicht